Valsartan-Skandal Ein weiterer Hersteller hat Valsartan-haltige Blutdrucksenker zurückgerufen. Welche Chargen betroffen sind, lesen Sie hier. Valsartan von Milan Laboratories Ltd. darf bis auf weiteres nicht zur Herstellung von Valsartan-haltigen Medikamenten verwendet werden. Das berichtet die Deutsche Apotheker Zeitung in Bezug auf eine Mitteilung der European Medicines Agency. In Valsartan-Chargen des Herstellers sind Verunreinigungen mit N-Nitrosodithilamin, NDR, gefunden worden. Die Substanz steht im Verdacht, Krebs auslösen zu können. Laut Unternehmensmitteilung sind die folgenden Produkte und Chargen betroffen. Die European Medicine Agency, die die Sicherheit von Medikamenten in Europa überwacht, weist in einer Mitteilung darauf hin, dass für Patienten kein unmittelbares Risiko bestehe. Wie auch bei früheren N-N-N-M-A- bzw. in der erfundenen Seife-Patienten ein höheres Risiko damit verbunden, die Medikamente abrupt abzusetzen. Sie sollten sich stattdessen an ihren Arzt oder Apotheker wenden. Bei dem Rückruf vielerweils artanhaltiger Präparate diesen Sommer aufgrund einer Verunreinigung mit der möglicherweise krebserregenden Substanz N-Nitrosodimethylamin, NGMA, bei Melan noch nicht betroffen. Gesundheitsbehörden in ganz Europa haben seit Anfang Juli diverse Präparate vom Markt genommen. Auch Chargen eines Blutdrucksenkers mit verwandtem Wirkstoff, Irbis-Athan, wurden vorsorglich zurückgerufen. Wichtiger Hinweis, die Informationen ersetzen auf keinen Fall eine professionelle Beratung oder Behandlung durch ausgebildete und anerkannte Ärzte. Die Inhalte von t-online.de können und dürfen nicht verwendet werden, um eigenständig Diagnosen zu stellen oder Behandlungen anzufangen. Liebe Leserinnen und Leser, Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leser-Debatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Ernährung Abnehmen Fitness Gesund leben Krankheiten Symptome Kindergesundheit Das ist unser Montes Die Untertitelung